Hey du! Oder sollte ich lieber sagen, hey Leute! Ich hoffe, das hat noch genauso funktioniert wie damals. Ja, einige Jahre sind vergangen und man hat nichts von mir gehört. Ich habe aber gesehen, dass es immer noch viele gibt, die in den Kommentaren geschrieben haben, gibt es ein Comeback, gibt es irgendeine Form von dir, ein Lebenszeichen. Und das, was diejenigen, die das geschrieben haben, jetzt bekommen, wenn dieses Video irgendjemand noch mal sehen sollte, dann ist es das jetzt, das Lebenszeichen. Und zwar werde ich wieder anfangen, Content auf verschiedenen Plattformen zu machen, aber nicht mehr auf diesem Kanal. Wenn du Lust hast, mit mir einzusteigen in eine Welt von Streaming, Musik und Gaming, ein bisschen so wie das, was ich vor vielen, vielen Jahren als ein ganz anderer Mensch gemacht habe, dann kannst du unten meine Socials finden. Ich bin aktuell aktiv in der Musik, das bedeutet DJ'n und vielleicht auch bald Musik produzieren. Und fange jetzt auch an zu streamen und damit auch verbunden YouTube-Content zu machen. Und was du machen kannst, ist auch gleich in drei Stunden oder beziehungsweise zwei Stunden, wenn dieses Video schon online ist, gerne mal auf meinen Twitch-Link schauen. Ich fange dort an, heute World of Warcraft Season of Discovery zu streamen und das auch für die nächste Zeit erstmal weiterhin zu machen. Darüber wird es auch auf dem anderen YouTube-Kanal dann Content geben. Aber nicht mehr auf Deutsch, sondern alles nur noch auf Englisch. Bedeutet, wenn ihr englischen Content sehen wollt, bezogen auf Musik und Gaming, wahrscheinlich im Bereich Variety, dann klickt gerne auf die Links. Und ansonsten ist es auch in Ordnung, weil eigentlich bin ich ja schon verschollen. Ich wollte nur mal die Chance nutzen, vielleicht nochmal zwei, zwei, drei verschiedene Leute zu erreichen. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen alten Namen wieder finde. Und wenn nicht, dann ist das so. Wiederschauen, reingehauen.